Wenn Jürgen Klopp dann bei der Pressekonferenz von einem Journalisten auf die Kritik von Didi Hamann angesprochen wird, dann passiert das. Was ist das Gefühl, dass du das Gefühl hast, wo du eine Sparke hast? Ich denke, dass Didi Hamann nicht das Gefühl hat, dass du ihm eine Frage zu fragen hast. Das ist gut. Wir werden nicht das Gefühl haben, aber was ist es, dass du das Gefühl hast? Das ist die Frage, das ist der Herausforderung. No spark in there.